hallo und herzlich willkommen zurück going medieval ja ja ich nehme die folge ganz frisch auf ihr solltet das heute noch sehen auch wenn es sehr sehr spät ich weiß aber das letzte wochenende war irgendwie zu kurz ich weiß auch nicht warum so ja durchs neue laden ist es jetzt gerade können sie mal eben beschleunigen jetzt schlafen ist dann gleich wieder gut das jetzt fertig das hier ist fertig das heißt das hier kann eigentlich jetzt weg also da hätte ich später gerne den essraum wie viel leben haben wir denn jetzt ein kleiner könntest du mal tragen weißt du möchtest metallgegenstände drei reicher ist ganz doch gleich das heißt also heißt ob wir klar so trage mal alle nachgebieten jetzt schreibt ja ja klar ja 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 60 ok was wäre wenn wir jetzt sagen ja hätten wir bitte gerne zwei da hätten wir noch mal ganz zwei da hätten wir wieder ganz zwei und da möchte man sich auch zu haben so da mal zwei dann haben wir fenster einmal zwei mal drei mal vier mal fünf mal sechs mal sieben mal acht mal gut danach brauchen wir ein bisschen davon zack 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 da bräuchten wir dann ähnliches ok wenn es da doch bewohner leiden unter der kälte wir schauen gleich wieder ja wir ertragten kann über könntest du mal dass dann immer ich habe so ist das ok so hier nicht verbessert sehr gut ich hätte dann gerne hier eine decke drüber ich habe um 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 Hier hätte ich gerne eine Leiter. Da drüben hätte ich gerne ein Dach. Was ist denn das da? Ein Leimschinnl-Dach. Kopkian. Ja. So. So. Unterhaltung. Beten. Jagd. Okay. So macht das schon. Forschung verfügbar. Stahl. Rüstungsmacher 2. Okay. Schilder. Ich hätte gerne da oder da was. Also warten wir noch bis hin. Okay. Gineadra transportiert, Jessie priorisieren, Leinert, priorisieren, Silverwolf geht wieder her, das ist okay. So, okay, Leinert, 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 Leinert. Leinert, Leinert, Leinert. Also zuerst bauen wir da drüben mal zu, bevor wir irgendwas anderes machen. Und dann schauen wir mal, könnten wir nicht irgendwo, wie zum Beispiel hier, Moment. So, Lein, könnten wir hier, 1, 2, 3, 4, oh ne, das geht sich nicht aus. Ähm, kopieren. Oh, dann machen wir mal 2, ja. Obwohl, warte mal, guck hier. 1, 2. Ja, ja, da war wir noch Leinert, da gehört euch was. Ja, Milo. Es ist rein, es ist noch quer, aber den ganzen Platz hast, ne? Echt schlimm mit euch. Da liegt auch noch massig. Ich, die essen gerade schon wieder, die schreibt. 20. Rüstungsmacher 2. Streitkolben oder extra. Ich würde sagen, das nehmen wir mal. Streitkolben. Okay. Okay, ich nehme an, die würde man hier herstellen. So. Mal nach oben. Davon machen wir mal 2. Und 2. Und davon machst du mal 5. so. Mal nach oben. Gut, ok. So. Gut, jetzt wird erstmal geschlafen, das ist ok. Okay, meine Reichtum steigert sich, das ist okay. Gelagerte Nahrung, ja, Siedlerstimmung, gut, nicht so gut. Einfluss ist gleich, okay. Die Einwohnerzahl stagniert auch auf 10, also ich denke fast. Ist es das, Max? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ja, dann bauen wir zu groß. 3,5 Grad da. 6,5 Grad hier. Das ist auch nicht besonders, Mann. So, die Unterhaltung genießen, Betnetzer, 3er, macht's mal. So. Nürat transportiert zum Lagerplatz, okay. So. Sinedra. Dum-di-dum-di-dum. Nürat, könntest du mal Brennoven priorisieren. Jesse, könntest du mal priorisieren. Bruce Schneider, das ist okay. Jesse, könntest du ausnahmsweise das da. Und Sinedra, bringt's ja wieder ein Tier, ja. Nürat ist auch eins, okay. So, was machen wir an Errüstungen? Alle, okay. Alle haben eine an. So, Jagd, Baut. Geht sie bis auf die Baubesourcen? Ah, okay. Ist okay. Schreibt, nein, tut er nicht. Leinert. Frau Schneider, Cassie erntet. Nämlich sofort. Gut, er soll hier... Äh. Ähm. Mira. Wie sie schreit. Ja. Na, danke. Ja. Ich habe mir gedacht, ich habe das wieder abbauchen. Ich habe mir gedacht, ich habe das wieder abbauchen. Oh. Wie sie schreit. so jesse ok ist folgendes erreicht es 200 300 bis folgendes erreicht es ok wunderbar ja nur die holt fleisch ab mhm jesse kleinort PC schreibt Funktioniert er Jagd Silver Wolf Nürer E.T. ist folgendes reicht es recht trinken produziert was produziert in ihrer ok Lainert 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 Silver Sehr gut, schaut doch schon mal ganz nett aus Es gibt die Harten, okay So so ist jetzt auf 39 das ist okay so ich brauche ich so Wunderbar, wir haben ein paar Öfenmeer, mehr brennen Öfenmeer, so was transportiert die Nürburgräufe, noch mal, MSA, und ihre draht noch selber Wimsa 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 So, Essen haben wir 74, das reicht, Stimme 19, 77, das reicht auch. Wir haben ein paar Bücher. Ah ja, aber noch 0, okay. So, aber dann könnte man nicht das hier umbauen. Nur soll sie die. Aber ich glaube, sie ging geschlafen und damit wäre die Folge hier rum. Okay, dann ja, ab ins Bett und durch. Gute Nacht, ihr Kleiner. Na gut, Genitra über den ganzen Tag jagen. Ja, kein Wunder, dass dem kalt ist. Wir haben ja immer noch minus 23 Grad da draußen. Ist ja arschkalt. So, ich sage jetzt nochmal Tschüss, Tschau, Baba, bis am Morgen. Also, Tschüss. Ja, jetzt kommt die Autosprechung. Genau darauf habe ich gewartet. Baba.